CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Am Schluss der Debatte will ich doch auch noch mal den Schwerpunkt-Themenbereich aufrufen, den der Bericht selbst zum Schwerpunkt seiner dritten Auflage macht, nämlich die Frage noch mal nach Vereinbarkeit von Familie und akademischer Karriere. Zu der Notwendigkeit und dem Bedarf von aktuellen und aussagekräftigen Zahlen haben wir jetzt genug gehört, das brauche ich nicht wiederholen, will es aber unterstreichen, will aber auf einige strukturelle Fragen eher noch mal hinweisen, die mir aufgefallen sind und die wir dann auch vielleicht in Zukunft verstärkt im Blick nehmen sollten, wenn wir Veränderungen feststellen wollen und beobachten. Für mich interessant, wenn es um die Vereinbarkeitsfrage ging, der vom wissenschaftlichen Nachwuchs als problematisch eingeschätzt wurde, dann war es eklatant, vor allen Dingen die jungen Frauen, die selbst noch gar keine Kinder hatten, die diesen Eindruck geäußert haben. Und dieser Eindruck führt dann bei denen dazu, dass sie ausscheiden in dem Moment, wenn es um die Familienplanung geht, den Wissenschaftsbetrieb verlassen. Da sollte man genau darauf gucken in Zukunft. Gründe, die genannt werden, sind nicht etwa nur und einzig und an erster Stelle die Befristung von Verträgen. Wenn wir das adressieren, springen wir zu kürz. Da wird auch genannt die Verfügbarkeitskultur, die hohen Mobilitätsanforderungen und nach wie vor der Bedarf an mehr Betreuungsmöglichkeiten. Auch da müssen wir hingucken. Und was mir wichtig ist zu sagen, das alles sollten doch Probleme und Herausforderungen sein, die sowohl die Väter wie die Mütter betreffen. Aber nein, praktisch sind vor allen Dingen nach wie vor die Frauen betroffen. Und wenn wir schon bei Zahlen, bei Phänomenen sind, dann gibt es ein Fundstück von 2016, sind die Zahlen aus dem Bericht, das will ich noch mal besonders erwähnen. Da geht es nämlich darum, wie die Vaterschaft sich positiv auf den Karrierestatus auswirkt und eine Mutterschaft hingegen negativ. Was ist genau gemeint? Es lässt sich nachweisen, dass in den USA zum Beispiel, so in dem Bericht, es eine familienbedingte Verlängerung der Tindertrack-Phase bei Assistant Professors unterschiedliche Folgen hat. Frauen, die sich ein Jahr lang vorrangig um ihre Kinder kümmern, bei denen sank die Wahrscheinlichkeit, an einer der 50 Top-Universitäten berufen zu werden. Bei Männern unter den gleichen Bedingungen stieg die Wahrscheinlichkeit. Also bei den vielen Fragen und Zahlen, die wir gerne in Zukunft hätten, will ich das noch mal anmerken. Dazu hätte ich auch gerne Antworten. Und ich bin sehr froh, Frau Ministerin, Sie haben es angekündigt, dass Sie ja schon mehrere Forschungsprojekte auf den Weg gebracht haben, die uns zu solchen und ähnlichen Herausforderungen in Zukunft vielleicht interessante Hinweise geben werden. Konzentrieren will ich mich aber in meiner Rede auf die Maßnahmen und Projekte, wo ich sage, da haben wir in den letzten Jahren auch wirklich viel umgesetzt, um vor allen Dingen, wenn auch nicht nur, die Vereinbarkeitsfrage für wissenschaftlichen Nachwuchs besser zu regeln. Genannt wurde schon, da kann ich mich kurz fassen, das Tenure-Tech-Programm. Natürlich, das bringt mehr Planbarkeit für die Karriere von allen, aber dann auch gerade für diejenigen, die Nachwuchs planen. Zweitens, noch viel zu wenig hier vorgekommen, da möchte ich mich jetzt mal länger mit befassen, das Professorin-Programm. Es hat bislang nicht nur die Berufung von über 500 Professorinnen ermöglicht, sondern, und das war uns ja auch wichtig, auch an ganz vielen Stellen systemisch für strukturelle Gleichstellung gewirkt. Wie gut, dass die GWK dann schon votiert hat, im April das Programm fortzuführen, dass wir aus dem BMBF Signale haben, es soll weitergehen. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, um nochmal Verbesserungs- oder Erweiterungsvorschläge zu machen. Mir wäre wichtig, ganz im Sinne des Positionspapiers unserer Fraktion, dass in Zukunft mit einem Teil der Mittel Professorinnen, auch Nachwuchswissenschaftlerinnen einstellen können, zum Beispiel für die Leitung von Nachwuchsgruppen, um die Likki-Pipeline direkt nach der Promotion bei den jungen Wissenschaftlerinnen da besonders stopfen zu können und sie im Betrieb zu halten. Wir müssen dann auch, und auch das steht im Positionspapier, dafür sorgen, dass es mit Mitteln und Maßnahmen einfacher wird, nach der Promotion, wenn man dann eine Familienphase hatte, dann wieder zurückzukehren und anzuschließen in seiner wissenschaftlichen Laufbahn in der Postdoc-Phase. Wir müssen drittens darauf achten, und auch das ist sehr wichtig, dass all die vielen Gleichstellungsmaßnahmen, die wir ja systemisch fordern, dann auch wirklich nachhaltig in den Hochschulen verankert sind und die die Verantwortung dafür übernehmen und die Maßnahmen verbindlich auf Dauer gestellt werden. Und das heißt viertens, das ist ganz klar, das Professorinprogramm braucht in Zukunft deutlich mehr Mittel. Meine Damen und Herren, wir haben es schon oft gehört, ich will es unterstreichen, eine beste Wissenschaft braucht die besten Männer und die besten Frauen. Dass wir da noch dran arbeiten müssen, ist deutlich, aber wir haben auch schon einiges geschafft. Dankeschön. Applaus Vielen Dank.